Herzlich Willkommen bei der Rappelüse für mich voll ich möchte damit heute schon mal von Finch asozial featuring MC Bomber Sex und Gewalt an ich sag es mal so da haben sich zwei getroffen ich will mich nur dran an den geilen track von MC Bomber feiern und ficken das war schon das Video das hatte sein seine Highlights das Video hatte seine Highlights und weil wir natürlich vom Finch asozial Fick mich Finch angehört haben werden wir jetzt quasi die zweite singe von Finch uns zu besten geben meine Damen und Herren ich freue mich schon ich freue mich echt schon vor drei Stunden nee vor vier stunden ist das ding rausgekommen frage ich sage ich da Alter okay okay das war ein Einblick in den Sagen Fukuila von Finch asozial auch nicht schlecht mein Freund auch nicht schlecht Sex und Gewalt Der Beat ist so so ein bisschen oldschool gehalten ich freue mich schon ich bin echt also bis jetzt der Einstieg war echt da war echt Zucker und irgendwie geht mir das scheiß Mikrofon auf den Sack von dem Headset aber ist egal gewohnte harte Lines von Finch asozial also asozial Alliance feier ich man kann sagen man kann jetzt wirklich sagen was man will ist jetzt von ihm halt von den Text dass es hart und ekelhaft ist oder et cetera ich freue sowas weil ich bin so mit solchen Musik schon in meinen jungen Jahren Berührung getreten aber da sind echt gute Lines und gute Reibketten dabei ab und an ist einfach ein Fakt ich bin so mit der Fresse wie ne Fernfahrerfotze der Anfang vom Ende du weißt jetzt schon Bescheid komm richtig in Fahrt wenn die Pettnase knallt Fitch und Bomber zwei Querulanten wir sind Alkoholiker und klären Heroschlampen ohne Scham ohne Sinn ohne Vernunft ihr seid selber schuld wenn ihr mit Kondome bumpt okay das war die Huck ich bin fuck die hat schon was die hat schon was ich bin mal auf Bomber macht der Mund doch nicht so weit auf mein Junge da kann ja sonst was denken fuck alter ich bin echt ich werde mir den Track öfter geben genau wie ein Fickmischwensch Operator B kommt in die Pinte und die Masse klatscht ich werd gesponsaut dafür dass ich gleich einen Affen mach mit Kindern dummen Menschen und Rentnern macht man Kohle ich bin nicht Helene Fischer deswegen schaff ich's auch ohne vor der Jukebox pump ich meine eigenen Tracks du feierst Bowser und Crow ich find sie beide wack Sau und tausch es heute ich komm ins Brauhaus neulich ich zeig dir dass selbst dein Alki Vater gegen mich ein Toy ist du kannst darüber nicht lachen ich weiß du armes Kind doch Pinch und ich sind wirklich immer blau weil wir der Adel sind und ganz große Fans du Sexist wir sind immer blau weil wir der Adel sind genau das gleiche was ich äh bei Finsch gesagt hab man kann sagen was man will wie wie asozial dumm etc der Text also der Inhalt von dem Text sein soll sind ja Battle Tracks in dem Sinne wenn man das so nennen will aber das sind wirklich geile Punchlines und Reime dabei es ist einfach es ist äh ich hab Bomber ich hab die die neue CD hab ich da Gebüsch 500 Stück limitiert ist bei mir da die die Box ist da die erste Box von von MC Bomber ist da bei mir ich hab ihn schon zweimal live gesehen und war es zweimal äh ja immer solo und immer mit Frauenhaut zusammen also ich bin Fan ich bin Fan nur das für die anderen Leute die das vielleicht nicht so verstehen wollen ich bin Fan aber Sex muss geil ich krieg was ich brauch in jeder Ostberliner Schenke wüsste Brüde muss der Bombi leider bügeln denn er lernte heute Abend wieder 49 Krüge wenn der Dame irgendwas an meiner Fahne nicht gefällt ist sie entweder ein Mann oder einfach nur bewölkt doch schieb die Wolken weg mit einem strahlend weißen Lächeln weil ich andernfalls dein Lastball zerbreche Finsch und Bomber zwei Querulanten wir sind Alkoholiker und kläden Hero-Schlampen ohne Scham ohne Sinn ohne Vernunft ihr seid selber schuld wenn ihr mit Kontomen wohnst Finsch und Bomber schade schade jeder setzt nur noch so ein 8-Line zu und dann die Hook schade Zwei Querulanten wir sind Alkoholiker und kläden Hero-Schlampen ohne Scham ohne Sinn ohne Vernunft ihr seid selber schuld wenn ihr mit Kontomen wohnst Alter das war doch bei dem Treffen das war doch bei das ist das ist Tanzverbot und Adlerson habe ich gesehen habe ich gesehen in den in den Vlog von Adlerson das äh Finsch asozial mit am Start war in der Shisha Bar habe ich gesehen aber das ist ja gleich so eine Szene mit reingeschneiden hätte ich jetzt ohne Witz an das hätte ich am wenigsten jetzt gedacht scheiße Alter ihr wisst Bescheid meine Damen und Herren ihr wisst Bescheid der Blick verrät alles der Blick verrät wirklich alles ja mann so ist es scheiße eine Stunde Technomix von Finsch asozial Fick mich Finsch Alter das wird so hart gegönnt genau wie das Interview von Finsch asozial mit MC Bomber das wird sich natürlich äh mit MC Boogie nicht mit MC Boogie äh bei äh Hip-Hop-Straßen sondern das wird sich auch natürlich hart gegönnt ich bin halt Fan was soll ich machen meine Damen und Herren meine Damen und Herren äh ihr könnt natürlich wieder Kritik, Meinungen und Vorschläge in die Kommentare packen es kommt jetzt er spielt hoch bei ich bin von Arbeit gerade nach Hause gekommen ich habe noch nichts gegessen etc muss noch andere Dinge erledigen in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag haut rein also ihr wisst was in die Kommentare gehört so in der Infobox findet ihr den Link zu dem Song den Link zu Finsch asoziales Kanal dann Social Media Plattform von mir findet ihr noch ich wünsche euch in dem Sinne noch einen schönen Abend äh oder morgen oder Tag in dem Sinne äh also in dem wenn ihr das Video halt seht in dem Sinne haut rein und macht irgendwas an sinnvolles anständiges wollte ich gerade sagen macht lieber was sinnvolles